Hallo zusammen, das ist das Internet aus der Dosen. Die schönste Zeit im Jahr. In diesem Restaurant gibt es digitales Essen. Und auch hier lohnt es sich ganz genau runterzuschauen, wenn man auf dem Häuschen ist. Und wenn man da ganz genau hinschaut, dann macht einem das... Wahnsinnig! Das ist das Ende des Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass wir uns bald wieder sehen. Tschüss!